moin freunde trydocks auf start und trotz einer weiteren folge rock league zusammen mit zenex was geht und wir dachten uns wir machen die zufällige auto challenge ich zeige euch auch wie das ganze geht also ihr geht auf neues preset kreieren dann geht man auf auto anpassen dann drückt man auf der ps4 zufälliges preset und dann drückt man auf ja und dann kriegt man ein zufälliges auto und wir kriegen ich weiß ganz wieder heißt gehabt r3 mx oder irgendwie so und hast du noch die champion erklärung hast du das auto bekommen ja sieht eigentlich meistens dann würde ich sagen ich bin auch erst mal zwei gegen 2 in zwanglos hast du bock auf die folge ja ich guck mal kurz wie das auto heißt hast du der ist tyranno gxt ok was habe ich überhaupt schöne flagge was ist das schreibt meine kommentare was für eine flagge ist also bei dir weiß ich zu schiele glaube ich viel oder tschechien ich glaube viele ich weiß du denkst du gerade so was ich viele ja ich bin profi eigentlich mit flaggen aber meine flagge kenne ich echt nicht du bist das hat falsch gesagt ich sehe schon die ganzen tic tocs kitties alter design ich mache fake allerdings mit den auto bin ich eigentlich einigermaßen gut hey er macht kein double jump oh mein gott hätte getroffen hast du ja ich habe ich mache einen pass für dich ich gehe mal hin naja hast du ich komme ich komme ich komme ich habe dann sogar noch mal berührt also noch mal hier schön und er geht zu hören oh ich habe die toll zu so und dies auf jeden fall sehr nice und freunde wir vielleicht sehen könnte ich habe einen namen geändert zu youtube try dogs weil ich finde der andere namen mit der ist einfach kindisch und ich habe schon seit 2014 habe ich ihm nachgeguckt da war ich sieben ich habe einfach solche keine ahnung einfach so baustellen hütchen einfach als bus in lindgrün was ist das junge hatte noch nie gespielt oder macht ein guter dribbel ok das war lucky muss man sagen ich hatte den sogar noch da guck mal ich war halt sogar noch dran aber hatte noch den zweiten touch ich mache mal ein backflip ok passt mir sogar ich schon mal in die mitte probieren passen machen an der der gegen gegen die decke hatte ich noch ja ich habe den bus verfehlt hast du kommen ich habe den nicht gut getroffen nein gut dass du den baut hast oh mein gott was jetzt nachschuss nein wer der nachschuss reingangst aber der direkt die kippen schulen wer der pitch reingegangen der dass wir krank und vorne wenn euch sowas gefällt dann das doch gerne ein like und ein abo da damit ich weiß dass hier solche videos feiert ja der geht ja du hast echt einen nicht guten pin der eine der ist eigentlich sogar ganz gut dieser nur bitte ja mach doch wo habe ich ja haupt so ein kakao auf mein kopf der geist ist nicht mal weihnachten ich habe schon wieder den bus verfehlt da habe ich da bekommen jetzt wie immer du musst wissen sein nächstes erst keine ahnung jetzt mal gold drei jetzt hat man nicht eingebringt aber ich würde ihn auf gold drei platin eins schätzen junge warte ich gehe drauf es war eigentlich ein gutes dribbling von den hast du noch mal vielleicht dann habe ich denn ich hatte aber kein bus mehr achte äh oh alter hattest du denn noch ja ich habe den typen weggekickt nein er geht nicht egal jetzt kommt okay der macht den pass ja ach ich dachte du bist noch gebammt ja hast du sonst ich hab du nicht da muss ich schön man hat voll wie du auf deinen kontroller die tasten drücken das weißt du vielleicht selber schon okay a dribble boah achte gar nicht boah junge ich dachte schon ich wollte gerade sagen was mit dir los naja sich zu fliegen autos ist das halt noch mal schwieriger nur hinzuholen ja gerne der sehr gut man sagt wie viele runden wir heute machen ich würde sagen zwei ach komm niger alle gute alle gute dinge sind drei vor allem alle gute dinge aber drei runden junge dann geht das wieder 25 minuten ich würde sagen zwei runden runden wer viel zu lang ich hab keine russ natürlich den gebombt hast hast du oh mein gott alter ich hab's gesehen ich will das jetzt auf der einen der heißt einfach jonas dc einfach zu viel batman geguckt gemütlich 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 ich habe aber nicht boostiger ja sehr schön habe ich noch mal oh mein gott wichtig gemütlich zu kommen ja 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 oh mein gott so warum warum hast du gebremst ist es ist auch nicht die vorte hat ein boost ne junge der ist mies laut ja und dann habe ich nicht ok das aufgeben das haben wir eh verkackt ich hab ton aufgemacht ok lass schon mal verlassen dann direkt eine neue runde starten so jetzt bin ich mal gespannt was für ein auto du und ich bekomme jetzt ja ich auch ich würde sagen ich fange an ok dann auf die eck drücken und ich kriege fennec oh let's go pfennig was hast du bekommen ok warte ich habe gerade ein ladebildchen ach so ok so jetzt ich weiß gar nicht was für eine flagge das ist die kommt mir bekannt vor ich habe litern oder also keine ahnung fennec ist schon neu sein ja ja ok jetzt ich mit dem lila passt es auch zu den lammer oh aber mit dem schwarz blau sieht irgendwie nice aus ja aber das auto junge ihr müsst wissen er spielt erst seit drei wochen oder so also der hat fast gar keine autos und keine lackierung also bei denen ist das bisschen schwierig hauptiger sitz einfach diese schildes bontos haben können aber nie ja das ist ja auf jeden fall jackpot für dich gewesen nein ich habe den größten kackbus das höre ich jetzt schon ich habe schatz glaube ich ohne doch nicht ich habe irgendwelche musik dinger du musst schon sagen dass du fakes ne wenn du nicht sagst dann fahre ich zum boost oder ich war mit drauf warte ich gehe mit oh digga du hast mir einen boost geklaut ja was hast du bro ich hatte den mehr ich habe den weg gebammt ich hasse dieses auto so hart ich habe keinen boost ok mies gut mitte nein der geht wenn du den nicht hast der geht nicht ich schränke sich echt an manier sieht man ja ne ja alles für die niederlage versuchte versuchte die not die spiele ja okay das wird auch ich mach backflip das ist auch die übel es gibt kein schlechteres glaube ich ich habe das mal gespielt in eins gegen eins vom doppelkommittest du in eins gegen eins habe ich das mal gespielt ich fand es eigentlich relativ gut würde mich auseinander gehen ich habe selber gemerkt digga hat endlich auch sein aber du bist gerade einfach kacke ok nein er hatte ich mich hoch genommen das der ist aber nicht bekommen wir müssen sich mal anstrengen nein gegen eins spielen wir immer besser ok da haben wir auch coole autos ja ja ich wollte denn eigentlich so weg fahrt du drauf ich bin im tor ich dachte du fährst drauf ne ja du hättest aber drauf fahren müssen dass ich mich verwirrt wie du da spiderman gemacht hast hey feierst du nicht spiderman doch ja ne ich wollte iron man aber besser ich wollte auch gerade sagen aber ich habe auch vergessen zu sagen dass ich fake habe ich ja leon ey oh hätte ich den da nochmal getroffen das wäre krank und da natürlich hat der typ den warte bleib hinten hast du sehr schön ach das war der typ für diese kombi sind die verwirren mich auch komplett ey das ist so bunt oh mein gott du hast mich geschwägt wenn ich dribbelt dann musst du nicht hinter mir stehen dann musst du nehmen dann musst du dich frei fahren nicht frei laufen frei fahren musst du Pässe dastehen und nicht hinter mir stehen das macht gefühlt jeder spieler dass der größte fehler den man gefühlt machen kann ja ich habe kein boost und dann haue ich den drüber und senek macht den senek meine ich ich sag schon senek nice einfach kurz fennec mit senek verwechselt gar kein bock ja hauptsache tor wir sind wieder dran ich mache fake nach rechts ja ja perfekt ist voll nach links ja ich hab den nicht nur du musst hinten sein naja ich bin ich hab das zu Hause hast du ich hatte den fast nicht oh ne der ist auch geholfen alter ich habe dafür wir machen nee warte natürlich kommt er ja den muss haben hast du noch mal stark ich hab kein boost mehr aber kriegst du denn ich hab den perfekt naja hab ich gesehen alter ich hatte der hat mich von weg geboren diga ne ja der wär eh nicht reingegangen diga hab ich ach bro sehr gut wenn du mitte gehst nein nein bin ich nicht das war ein ganz okayer pass ach ne der war so ne schöne vorlage für den warte lass schädigern so auch nix ähm ne ja du hast mich lächst ich sehe alter schön diga wir sind dran und ich hab die tollste so nicht finde die echt nicht gut Junge ich hab den sogar noch irgendwie gefakt wäre gut wenn du skippen würdest äh ich fake ich bleb ja ich fake nach rechts ja hab ein bus geklaut wir könnten das ich will noch echt das wär nice ich kann nicht hochfliegen ich hab kein boost oder obwohl 12 boost haben irgendwie doch gereicht und er glaubt wir haben mein bus ich bleib kurz hinten ich hab den bus schon wieder verfehlt was ist denn jetzt mit mir los ich hab gar keinen boost nicht gut wir haben ein spiel gedreht also das heißt gedreht aber wir haben aufgeholt 3 3 ich höre auf einmal sind wir wieder gut ne ja klar wir gewöhnen uns sagen sie mal an die Autos glaub ich auch den fennig ist so ein auto was man sogar öfter spielt aber deins kaum wer das mal in seiner freizeit spielt weil es so einfach aus langeweile warte lass ich hab kurz auf Bus gewartet hab ich die Mitte ich dachte ich dachte erst mal nicht wenn er in einer Ecke hat dann hättest weil ich wäre ja auch in der Ecke gewesen der Konten kommt der Konten kommt boah der Reingang das wäre echt gut gewesen also für die Gegner ja war ein guter Pass ich fliege einfach hin aus Prediction ich hab ihn gefakt leere Tormonia ne wenn du den rein machst spiel gedreht wir haben spiel gedreht letzt kommen 3 0 auf 4 3 guck mal wie ich gefakt habe 8 8 warte okay das war stark es gibt nur angetäuscht okay das war echt stark ja ja bleib hab ich ok komm ein Tor noch dann haben wir spiel gedreht mit meinem Po alter kommt der denn her ah ich hätte mich anders drehen müssen ich bin einfach drauf gegangen warte habe ich und ich sag habe ich dann brauchst du nicht hoch fliegen ja du sagst was viel zu spielen wenn ich nun links geflogen bin sorry ah viel zu hoch ich glaube mal kurz bisschen boost hier damit die gar kein bus kriegen und du auch nicht oh mein gott junge wäre der reingang alter alter wunderbar ist 3 ich habe nie komm auch noch antwort die wenn wir das mit dem rum hey wir haben 3 0 gedreht ich glaube nie genau eigentlich müssen wir noch eine runde machen was wieso so ja das sind wir mal eine gewonnen und eine verloren und deshalb müssen wir jetzt noch eine entscheidende machen okay ich mache schon mal ein neues preset hoffentlich ist ein gutes auto bitte octane oder dominos oder fennec irgendein ist bitte nein was ist das gucken was du kriegst es gibt den spontan kriegst diesen lambo oder ferrari oder was es ist ja ich glaube auch so jetzt 1 2 und 3 ok das sieht sogar nice aus bei dir du kannst ja finde ich auch ok wir machen es jetzt so wenn wir die runde gewinnen da muss jeder der das video sieht den like button drücken ok ok und wenn wir verlieren dann könnt ihr keine ahnung da müsst ihr nicht sein könnte freiwillig machen müsst ihr aber dann nicht aber wenn wir gewinnen da macht ihr es auf ihre ich mache auch backflip ich würde das auto habe ich glaube ich noch nie gespielt der boost der ist so angenehm weil der ist so leise aber ich habe mich jetzt in den bus verliebt ich habe den ganz normal ich sehe den bus gefühlt gar nicht aber ich weiß welcher das ist ja 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 oh nein 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 ach so gut ich habe da eigentlich verstört alter alter ich habe gleich geile einträglich ach so nein oh scheiße bist du da ja ich habe mit so einem auto spielt nicht man muss sich schon denken mal ich dachte du hast den was machst du ich guck mir das jetzt an nein nein bitte das geht doch ich guck mir das jetzt an der tipp guck ich dachte halt du hast der verweilig auch vorne 8 jungen Prozent der flieger und ich einfach nach links und sie sind noch mit mir die nachdenken Junge sagt das doch nicht so spät die kam dann hat er den sogar noch stark wir müssen zwar ein bisschen gute laune stehen wir dürfen jetzt nicht die ganze Zeit so groß an mittelchen schützt so eher gesperrt wie die schlechte laune ich bin halt direkt hingeflogen ja noch ein paar oh mein gott er macht einen traum pass wie es gelegt hat bei mir was ist das ich bin ja auch vom dabei kommt es zu der gerade in der Welt hat sich den Weg die sich weil du Doppelkommittes auch noch ein bisschen doch habe ich komm ich habe ich doch nicht doch einfach trippeln mit den anderen Joby Lotto auf einmal beschädigt mal leiser die Junge das ist nicht abdeck wird Ich hätte keine gute laune mehr kriegen außer wir gewinnen das jetzt Der wird mich noch mehr agro machen das ist das wäre die per das war die perfekte vorlage und du fett sagt aus dem weg alter ok die tors und ist Die in schwarz ist mega und jetzt habe ich ja gute laune beim tor haben Das ding ist eines afk Ich mache fake nach links Er passt ihre Oh Sehr schön Wo das wird Oh mein gott digger einfach fake tor Das links ich will das halt so probieren dass er nicht den boden berührt aber komm der war schon schön Von da oben Kann man machen Hättest du den härter gepasst hätte ich den besser annehmen können Mach wegklick ich mach wegklick Ja mach Warte ich war drauf Nein Ich mach ein trickshot ich mach ein trickshot Nein nein Doch lass Er prallt an der kante ab digger das passiert mir immer Ja mach du einfach Ja mach du einfach Ja fahr du auf die andere seite Oder wir pinchen Kommen wir pinchen Digga Ja Bei mir hat es mies geleckt Oh no Warte habe ich Nein Ich versuche mehr zu Alter Weil du gehst das zu hassen Ich war aus dem winkel war mies gut Ich hatte eine das wieder da Der eine kommt einfach und hält Hey was habe ich für ein Hey was habe ich für eine Spur Die ist ja mies geil Oha Habe ich das jetzt gesehen Habe ich aber mal wieder da Hallo Hast du was 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 Ich brauche den bus Dankeschön Dass du einen bus zu kaufst Ich hab den nicht ne Der war zu hoch Also ich komme mit diesem auto gar nicht klar Warum schreibt der danke Schreib mal nein Ich war drauf Ich fahr mit drauf Ach der Dankeschön Das ist voll spät gesagt Jetzt ist der eine afk Was ist denn jetzt los Ich hab irgendwie auch voll Egal ich Spur Hast du Hast du Ja Ach Junge Nicht dein ernst Und dann fähigst du natürlich Ey nein bitte Fah 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 Sei schön Schon über den bus hier Bitte Ja der geht Ne Pfff Monia bitte Warum fliegst du da hoch Du weißt was du den strift Was Ich würde das wäre ein schönstes Tor gewesen Ich sag's dir Ja Ach Ach Ich würde das wäre noch schon gewesen als der erdribbel Digga von da oben hättest du den rein gemacht Ist ja mies krank gewesen für dich Ich würde für dich wäre das mies krank Ich mach noch keine tricks Wir müssen den einfach jetzt rein machen Ich hau den jetzt Mitte Und dann hau ich da nochmal mit Und dann machen die Gegner ein Tor Außer du kommst jetzt Und machst einen sehr schönen pass für den Gegner Lass Und dann machen wir das 3-3 Weil du den hochgenommen hast Letzko Das hält man ja das würde ich sehen Ja den sieht man einfach gar nicht sehr schön Für das Video geht jetzt wahrscheinlich schon 25 Minuten mal Also kaum wer sich das 25 Minuten anguckt Sag doch dass du fake siehst Ich bist für wieder drauf gefahren Ich hab gefakt Digga Dann hab ich nicht grad weil ich geredet hab Ach Ne ne Den hast du jetzt Nein Er hat mich gefakt Ne Doch mein Zykali Ne Ne Habe ich Er hat den auch noch Man ihr bitte Ich hab die Ja nix Danke dass ihr ihn hattet Digga Dank mein Lex alter Warte Junge Ey Ey das Leben an dem mit gerade Du musst den jetzt nach vorne hauen Niemand ist hinten Und dann klaust du noch mein Buß Ja Ich hab kein Bußjäger wenn du mein Buß klaust wie soll ich dann Tor machen Nein 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 Bitte Alter schön Einfach E-Spot weiter was ein Galapins Warte ich hab den Naja Das war eigentlich gut Hast du Ja Ja Die machen jetzt noch 0 Sekunden Tor ist egal ich sehe ich schon kommen Ich sehe auch Jetzt Oh mein Gott die haben sich selber gefägt Warte 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 Ja Warum geht man auch zum Buß wenn die einen Angriff haben Warum geht man da zum Buß du siehst doch dass der eine Torchance hat Da sieht man wie du äh rotieren kannst Digga jeder der rotieren kann wäre da nicht zum Buß gegangen Ja gut dass ich nicht rotieren nehme Ja nice Ich hoffe euch hat die Folge trotzdem gefallen wird es noch irgendwas sagen Ja Ja Schaut jetzt das neue Video vorbei machen ein 1 gegen 1 Das kann ich noch nicht garantieren Könnt wir aber machen wenn ihr Bock drauf habt Ok dann würde ich sagen haut rein und peace Ja Ja 3 8 9 9